Und direkt an ihm stehen. Ja, ich bin Patrick. Oh nein, das ist die Idee. Oh nee, das ist doch gut. Aua. Pong Bob, hallo. Hi. Wollen wir Quallen fischen? Aber wer, wer bin ich jetzt? Wer von uns, wer, wer von uns ist der richtige Patrick? Ah, du bist Spongebob. Der Finger oben wird man dich loben. Und ihr Leute, könnt mal in die Kommentare schreiben, was eure Lieblingsmomente aus den Spongebob-Folgen sind. Schreibt das einfach mal in die Kommentare. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Mit dabei ist natürlich auch der Spongebob, a.k.a. der Mali aus Minecraft. Genau, und zwar öffnen wir in dieser Folge, öffnen wir ganz viele Pandora's Boxes. Und wir sind diesmal auf der Bikini Bottom Map. Und die wird jetzt mal ein bisschen umgestaltet. Und wir haben uns jetzt hier, oder ich habe mich in einen Patrick verwandelt und der Mali verwandt sich in Spongebob. Und wir machen dann noch so ein kleines Rollenspiel daraus. Also wir verhalten uns so, wie auch die Charaktere, also wie Patrick und Spongebob. Und ich würde sagen, wir können direkt durchstarten. Ich bin Patrick. Also ich bin bereit. Ich bin Patrick und ich muss jetzt mal ein paar Dusbuxes öffnen. Okay, lass uns direkt die erste hier öffnen. Okay, Spongebob. Willst du oder soll ich? Ähm, wir öffnen mal. Okay, ich versuch's mal. Los geht's! Oh mein Gott! Und, oh shit! Oh mein Gott, da kann ich... Steinbäume! Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja genau, wie bei Blockbuster. Ich kletter mal hier hoch. Hallo! Ich bin Patrick. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich... Patrick, oh Gott, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, Alter, was ist hier entstanden? Was ist hier los? Oh mein Gott. Patrick, nein, nein, ich muss zu meinem Stein, ich muss zu meinem Haus. Hilfe! Ah! Hier ist alles so ungewohnt. Oh! Aua, bin dagegen gelaufen, oh mein Gott. Nein! Da fliegt ein Spongebob. Oh nein, ich glaube, ich träume. Oh Mann. Okay, wir müssen schnell in unseren Stein oder in meinen Stein. Schnell. Okay. Schnell! Wir öffnen jetzt unten einen, okay? Oh, da ist es. Okay. Oh, wir machen hier eine kleine Party, okay? Okay. Wollen wir direkt zwei öffnen? Oder lieber nur einen? Wir öffnen zwei direkt. Drei, zwei, eins, los! Okay. Bam, bam, bam. Und direkt daneben stehen. Ja, ich bin Titi. Oh nein! Titi, oh nein, das ist doch gut. Aua. Oh nein, ich bin auch gestorben. Oh nein. Okay, wir machen direkt den Wein. Ah, da bist du. Spongebob, hallo! Hi. Wollen wir Quallen fischen? Ja? Komm, wir gehen mal zum Quallenfisch-Ding. Hier, komm mal hier. Da, da öffnen wir auch mal eine Pandoras-Box. Wir öffnen mal ein Quallenfisch-Feld. Hier. Ah, wir öffnen. Genau, unter einer Qualle. Und hier ist ein Dorfbewohner. Nimm das. Okay. Hälfte du. Los, los, los. Und los! Ja! Oh. Und? Oh, wieder Bäume. Oh, die Qualle, die fliegt jetzt zwischen Bäumen. Das ist ungewohnt für sie. Alter, der Baum hat mir so einen Schlag gegeben, weil ich so mittendrin gespawnt bin. Oh mein Gott, ja! Patrick. Okay. Wir müssen mal zu Thaddeus, würde ich sagen. Weil Thaddeus, der grießcremige Kanaus, der muss auf jeden Fall mal eine Pandoras-Box abbekommen. Okay, da hinten. Er braucht einen Tapetenwechsel, sage ich mal. Genau richtig. Okay, wir öffnen hier einmal in diesem Kelp-Busch-Shake-Ding ins Kirchen. Ah, hier. Hallo. Hält gern einen Kelp-Busch-Shake, bitte. Danke sehr. Komm mir einen raus. Oh, hier, ein Kelp-Shake. Hier, willst du einen? Nimm das. Ich nimm den. Nimm das. Ich nimm den. Ich bin vergiftet. Cool. Uh. Klassischer Patrick. Ja. Okay, ich hab dir hier direkt die nächste auf dem Weg. Okay. Oh. Und? Oh mein Gott, Wasser. Nein. Oh shit. Ich krieg immer noch Schaden. Gleich werde ich sterben an Wasser. Oh nein, ich werde sterben. Mal, mal, Spongebob. Mach dich durch. Ich schaff's nicht. Mach dich durch. Ja. Loll. Ich hab überlebt, du nicht. Warte, ich mach ab. Komm durch. Ich hab auch überlebt. Oh, Patrick, du hast es geschafft. Ah, nee, bist du gar nicht Patrick, oder? Bist du Patrick? Patrick, oder wer bist du? Bist du Spongebob? Ja, ich bin Patrick. Bist du Spongebob? Ich kenn dich von... Nein, ich bin Patrick. Ah. Aber wer bin ich jetzt? Wer von uns... Wer von uns ist der richtige Patrick? Ah. Du bist Spongebob. Okay, lass uns weiter machen. Okay. Die nächste Paterosbox hier direkt. Okay. Ich öffne die hier. Nimm den zerstörten... Spongebob Haus, nimm dein Maus. Geh rein da. Oh Gott. Schau wieder, das gleiche ungefähr. Oh mein Gott. Nein. Eine richtige Kürbisfolge hier. Eine Kürbisfolge hier. Am Start, sag ich mal. Okay, ich würd's... Oh Gott. Ich würd's sagen, wir gehen jetzt mal zum Thaddeus, okay? Ja. Der muss noch ein bisschen leiden hier. Kürbisedition. Okay, hier. Hier gehen wir rein. Thaddeus. Böser Typ. Okay, komm. Wir mögen den ja eigentlich. Komm rein. Wir brechen hier ein. Hoffentlich sieht der uns nicht. Oh nein. Du hast eine geöffnet. Oh nein. Oh mein Gott. Das ist gut. Sein ganzes Haus wird umgestaltet. Ja, aber ich muss kurz noch aufs Klo. Ich muss aufs Klo hier. Wie kann man hier aufs Klo? Wo ist denn dein Klo, von der Deus? Ich muss aufs Klo. Wo ist das Klo? Sag mal. Ich muss aufs Klo. Ich geh mal hier hoch. Ich geh mal hier hoch. Oh. Hier ist ein Bett. Hier ist ein Bett. Hier ist ein Wecker. Aber ich muss aufs Klo. Ah, hier ist ein Klo. Hi. Das ist doch kein Klo. Ja. Obst. Hab aufs deine Kleidung geschissen. Ich muss doch ausschneiden. Ich hab ein halbes Herz. Oh, bin ich sehr schick. Okay. Nächste Partei aus der Box. Los. Oh. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin hier. Oh Gott. Und hier ist. Was kommt raus? Gar nichts. Was kommt hier raus? Wir sind hier im Gemäldezimmer von Teddeus. Das muss ein bisschen umgestaltet werden. Das ist klar. Weil diese Bilder da, die kann man sich ja echt nicht geben. Sag ich mal. Okay, nächste. Komm. Die nächste direkt hinterhergeschmissen hier. Oh mein Gott, jetzt wird es umgestaltet. Jetzt ist es ordentlich hier. Ordentlich. Spongebob. Oh Gott. Hier wird sogar noch Eis. Oh Gott. Das ganze Haus ist klein. Oh Gott, das ist aber richtig geil. Sieht das aus. Oh nein, dein Haus sogar... Da ist ein Pitchick. Ja, ja. Ich bin Pitchick. Alter, das sieht doch mega cool aus irgendwie. Sieht echt richtig neues aus. Sieht recht richtig neues aus, Mann. Okay, das ist auf jeden Fall richtig cool. Okay, weiter direkt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zur Bikini... Ähm, Bikini? Was? Wir gehen jetzt zur großen... Äh, großen. Zur großen Grabe gehen wir jetzt. Zur großen Grabe. Wahrscheinlich hasst er uns jetzt, dass wir sein Haus umgestaltet haben. Aber es ist uns egal. Aber wir sind Patrick in Facebook. Okay, äh, wo ist... Okay, das muss ich davor hier eine draus machen. Wo ist denn die große Grabe? Ich bin verwirrt. Ja. Ähm. Hier ist sie. Ah, hier? Äh, kann sich einfach... Ah, hier sind sie. Ah, hier ist sie. Okay. Wollen wir... Wollen wir Mr. Krabs besuchen? Der zählt bestimmt sein Geld. Komm, wir gehen rein. Hallo. Mr. Krabs? Sind sie hier? Quid, don't get... Ach, hier ist die... Ich hab meine Gäste geöffnet. Hinter dir. Oh nein. Oh mein Gott, da kommt aber nur Kies raus. Da kommt nur Kies raus. Ja. Ja, Kies, das ist das Richtige für... Kies der Hölle, sag ich so, ganz klassisch. Okay, hier. Ich mach das. Hallo. Ich mach die Ruhe jetzt hier. Ja, okay. Gehen wir raus, stell wieder. Okay, wir essen hier eine. Hier muss doch eigentlich der Dios sein. Komm, ich spiele mal den Dios. Ich bin noch Dios. Nee. Nee, nee. Du hast die Glasfasche nen Kopf. Au. Okay, gehen wir raus. Schnell. Regnen wir weg, rennen wir weg, rennen wir weg. Und ihr, Leute, könnt mal in die Kommentare schreiben, was eure Lieblingsmomente aus den Spongebob Folgen sind. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Und ob wir öfter mal hier sowas machen sollen. Das wäre auf jeden Fall auch richtig fresh. Oh mein Gott. Und wir öffnen jetzt hier weiter Lucky Blocks, äh, Lucky Blocks. Weiter, wo ein Doors Box ist. Oh shit, oh shit. Und was ich auch noch sagen wollte, ganz kurz, dass ich auch einen T-Shirt-Shop habe. Ihr könnt mal in der Beschreibung vorbeischauen. Wer auch T-Shirts von mir haben will, dann seid ihr auch für die nächste Zeit gerüstet. Das sind nämlich zwei Designs drin, schaut einfach mal vorbei. Und ich würde sagen, wir öffnen jetzt weiter ein paar Doors Box jetzt. Okay, Patrick, ich bin fertig, ich muss was essen. Ja, endlich. Okay, wir öffnen hier einfach mal so mittendrin eine, okay? Okay, los geht's. Ich liebe sie. Ich hab auch eine. Los geht's. Oh mein Gott. Ich koste gerade Pizza. Oh nein. Oh Redstone und T-Shirt, nein. Oh nein. Oh shit. Okay, stell mich hinten rein, ich bin ja Patrick. Ja, Patrick, endlich bin ich am Boden. Ja. Hast du das überlebt? Ich bin am Leben, aber kommt ein Skelett. Ah nein, ich hab ein halbes Herz ausschiegt. Nein. Hilfe, Mali. Ey, Spongebob. Okay, ich muss Kekse essen. Ich muss Kekse essen. Ganz klar. Okay. 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 Oh, da bist du high. Hallo. Okay, wir müssen irgendwo noch hin. Eins. Ah, wir müssen zu Sandys Glaskuppeln noch. Wir müssen zu Sandys Glaskuppeln. Oh mein Gott. Komm, komm mit, komm mit. Wir öffnen jetzt hier zwischendrin, weil der Alter ist hier alles ungestaltet hier. Das ist sensationell, sag ich mal. Und dieses Wasserding da hinten sieht genauso aus wie diese eine Folge, wo dann der Thaddeos Haus nach oben geschwemmt wurde, an die Wasseroberfläche. Sah genauso aus. Hier ist Mr. Krabs Haus. Hier ist Mr. Krabs Haus. Komm rein, komm rein. Komm rein. Komm, wir gehen hier rein. Komm, wir öffnen hier oben. Hier, hier, öffnen wir. In Mr. Krabs Schlafzimmer öffnen wir was, okay? Oh, das würde ihm, glaube ich, gar nicht gefallen. Außer wenn er jetzt Geld rauskommt. Doch, doch, es gefällt ihm. Es gefällt ihm. Jetzt kommt einfach so Geld raus. Hä? Hier ist das Dachgeschoss. Das wollte ich auch, ob du bleibst hier oben. Okay, weil hier? Hier unten rein. Hä, wo ist denn das? Ich glaube hier. Nein. Nee, ich hab mich verirrt. Ah! Hä? Was, die hier öffnen wir draußen? Oh, ich hab den Sand. Guck mal, ich hab den Sand geöffnet. So, hier, hier öffnen wir eine. Pantonebox. Oh Gott. Nein. Wir werden schon wieder ertrinken. Nein, 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 nein. Oh nein. Wir werden ertrinken. Wir sind direkt hinten für die Spawn. Hä, das ist Lass, die ist kaputt bei mir. Ich bin draußen. Wahrscheinlich, weil ich fliege auch. Ja, ich bin draußen. Oh, ich bin telefonisch bei mir, ja, genau. Oh shit, Alter, die ist sogar noch Holz entstanden. Oh mein Gott. Okay, wir gehen zu Sandy, okay? Wir erwachen sie jetzt aus dem Winterschlaf. Erwecken wir sie jetzt, okay? Ja, dann wird sie wieder ganz böse. Ja, ja, und dann reißen wir noch Fell aus und dann wehren wir uns da mit und dann rasten sie völlig aus. Und daran kann ich mich auch noch erinnern. Diese Folge, ich kann mich einfach im Kopf. Ja, ja. Soll es auch. Wo ist denn jetzt, ich habe mich verriert jetzt schon wieder. Wo ist denn jetzt das Sandy's Haus? Hier, das ist einfach mal hier einer öffnet. Das sieht ganz cool aus, ne? Ah, da hinten ist das Sandy's Haus, hier hinten. Komm mit. Fetchig und Punchbow, komm, mein bester Kumpel, komm mit. Wir rennen hier lang. Hier ist Sandy. Wir öffnen oben in ihrem Baumhaus. Bei der Lucky Dogs Special Edition auf meinem Kanal, wo du dann diesen Witz gemacht hast. Oder halt einfach hier reingegangen bist. Oder ich hier reingegangen bin. Jetzt, jetzt, jetzt. Wir müssen es machen. Ne, ne. Noch mal machen wir das nicht. Leid der Finger oben, wird man dich loben. Ja, aber wir kriegen keine Luft mehr. Oh, ne. Wir kriegen ja gar keine Luft hier. Wir kriegen kein Wasser mehr. Oh, nein. Oh, nein. Die geht gar nicht hoch. Die kann man gar nicht hoch. Aber wir öffnen hier oben, okay? Wir öffnen hier eine. Eine Panteus. Ah, hier kann man hoch, hier kann man hoch. Wir öffnen hier eine. Nein, nein, nein. So, hier. Und ich habe eine geöffnet in der Glaskuppel von Sandy. Oh, oh shit. Hinter dir. Nein. Oh mein Gott. Zum Glück sind wir gesichert hier. Oh shit, Leute. Oh shit. Okay, ich habe noch. Hast du noch Panteusboxes? Ich habe gerade keine. Okay, hol dir noch zwei. Wir machen das hier zum Abschluss. Dieser Panteusbox, Patrick Slaves Spongebob Folge. Machen wir noch eine Abschlussrunde mit Tierstück, okay? Genau, so wie in meiner Runde. Da war es auch richtig episch. Hol dir schnell noch zwei und dann rasten wir aus. Genau, wir haben bei Mali haben wir nämlich auch zwei Folgen. Ne, eine Folge aufgenommen. Die gibt es dann auch bei Mali zu sehen. Also, wenn ihr jetzt noch was zu sehen haben wollt mit der Spongebob Edition Panteusbox, dann könnt ihr auf jeden Fall bei Mali vorbeischauen. Okay, gebt mir die zwei Panteusboxes und dann öffnen wir die. Okay. Okay, wir rennen aber ein bisschen noch da hinten, okay? Hier ein bisschen hin. Wir rennen jetzt nämlich. Komm, wir rennen zusammen. Wir rennen zusammen. Ja! Komm mit! Komm mit! Komm mit! Und er fliegt. Oh mein Gott. Okay, los, los, los. Ich fliege hier einfach. Komm. Okay. Komm mit. Wer ist denn jetzt hier? In meinem Haus. In Patrick Haus. So, jetzt komm mit. Komm mit. Wir verkaufen jetzt hier Pizzas. Was? Ah, hier ist der Deos Haus. Ich will aber zu meinem. Aber erstmal muss ich gegen meinen Stein laufen. Au. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Okay, komm. Hä? Ich komm nicht rein. Komm. Komm, wir bauen uns rein. In meinem Haus will ich die letzten vier öffnen. Ah, ich bin drin oder nicht? Ich bin drin. Ich bin drin, okay. Alles klar. Ja. Ah, hi. Okay, ich komm rein. Hallo. Oh, hier ist alles zerstört. Das ist ja sensationell. Da kann man ja nichts mehr machen hier. Okay. Okay. Wir machen jetzt vier Stück. Okay. Wir machen jetzt vier Stück hier. Fünf Stück. Sechs Stück. Okay. Okay, Leute. Ich die drei oberen, du die drei unteren. Wir erfen jetzt diese Folge. Wenn ihr mehr von dieser, von diesen Pandora's Box mit der Spongebob Edition, beziehungsweise auch mit anderen Serien wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Like, da wenn wir hier 4.000 Likes schaffen, das wäre auf jeden Fall richtig episch. Und dann würde ich sagen, wir öffnen jetzt die sechs Pandora's Boxes. 3, 2, 1. Los geht's. Okay. Los. Wir haben alle geöffnet. Wir haben alle geöffnet. Oh mein Gott. Es rastet aus. Oh nein. Oh shit. Raus hier. Nein. Pandora's Box. Patrick. Nein. Oh nein. Ich komm hoch. Ich komm hoch. Oh. Oh nee. Oh Gott, ich hab meinen Zaubertisch platziert. Es leckt. Es fängt anzulegen. Oh mein Gott. Ich bau mich hoch. Ich bau mich hoch. Ich bau mich hoch. Ich komme. Wo bist du? Ich bin hinter dir. Hinter dir. Okay, ist hier alles gestört worden. Ah, da bist du halt. Ich bin da runter bei der Seite. Alter, guck mal. Guck mal da hinten hin. Das sind ganz viele... Haben wir das schon gesehen? Ja, ja. Das haben wir schon gesehen. Alles entstanden da hinten. Voll übel. Alter, das sieht aber noch heftiger aus. Oh, ist nur ein Command-Blog entstanden. Ah ne, der war davor schon. Und... Alter, hier ist sogar Holz entstanden und alles. Alter, das war auf jeden Fall eine richtig krasse Runde hier mit dem Command-House-Box. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, dem Patrick hier nachzumachen hier so ein bisschen. Das ist genau nur deine Rolle, sag ich mal. Das ist genau meine Rolle. Ja. Ja. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem weiteren Video. Ihr könnt auf jeden Fall jetzt auch abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ist natürlich ganz kostenlos. Und auch auf dem Kanal vorbeischauen, um die ganzen anderen Videos zu gucken. Auch in der Playlist. Da sind nämlich auch weitere Modded Minigames verlinkt. Und da würde ich sagen, sehen wir uns in einem weiteren Video. 4.000 Likes ist ja auf jeden Fall richtig geil. Und wir öffnen jetzt hier noch mal ein bisschen. Los, los, los. Alle guten Dinge sind drei. Alle guten Dinge sind drei. Tschüss. Oh, zum Abschluss noch mal Feuerwerk. Oh, zum Abschluss noch mal Feuerwerk. Verabschieden wir uns. Oh. Oh, Schneeco. Oh, nein. Oh, nein. Alle gestorben. Nein. Alle auf einmal gestorben. Oh. Lappis Lappis. Oh, das war wahnsinnig die Wolle. Läuft. Oh mein Gott. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem weiteren Video. Patrick verabschiedet sich. Ich bin ein Holzskopf. Und der Mali ist Wunschwub. Der ist ein fröhlicher Typ. Ja. Okay, bis dann, Leute. Tschau, Leute. Yo. Wow. Ciao, ciao.